Der VW 1500 ist bergtüchtig. Der VW 1500 hat einen luftgekühlten Motor, der nie kochen kann. Der VW 1500 liegt gut auf der Straße. Der VW 1500 hat eine kräftige Beschleunigung. Der VW 1500 bietet Platz für fünf Personen. Kein Wunder, dass es so viele VW 1500 gibt. Der VW 1500 hat eine kräftige Beschleunigung. Untertitelung des ZDF, 2020